Das machen nicht nur Prominente bei uns, weil sie die zahlreichen täglichen Videos hier zu sehen und wie natürlich das Ergebnis auch erscheint, sondern auch jeder Mann eigentlich, weil jeder hat eigentlich irgendwo eine prominente Nase, nicht jeder vielleicht, aber doch die meisten und meistens sind es auch kleinere Unebenheiten. Es muss nicht immer die ganz schiefe oder ganz Hakennase sein, sondern im Grunde genommen sind es auch wie hier in diesem Beispiel, dass die Nasenspitze etwas hochgehoben werden muss und der Nasenrücken eine etwas geradere Form bekommt und dann hat man, denke ich, auch eine sehr, sehr zufriedene Projektion vom Profil aus und muss nicht jedes Mal Bilder nachbearbeiten, damit man das in der schönen Form hat, wie man es gerne hätte.